Und das könnte schon das erste Ding sein, 100 Credits schon mal? We pass, jawohl! Oh mein Gott! What? Nein! 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 What? Das ist nicht! Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich Ranked mit Quexy und mit Micha. Moin, Moin. Trotzdem, wir bewegen uns so auf Grand Champion Niveau. Seid gespannt, ich hab Bock und ich würde sagen, let's go! So, nun in der allerersten Runde. Wichtig zu sagen ist natürlich auch, dass es zwei Runden sind, die wir spielen werden. Also aus zwei Runden komplett entscheidet sich dann, wie viele Credits die beiden bekommen. Die werden dann natürlich aufgeteilt. Wenn es ungerade sein sollte, dann runden wir einfach auf. Mal gucken, der kommt sogar in die Mitte. Und das könnte schon das erste Ding sein. 100 Credits schon mal für die beiden Leute. Wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, vielleicht auch, dass ich in Credits dann an die Community verschenke, dann lasst wie gesagt ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Und genau, ja, 1 zu 0. Echt, okay. Das liegt jetzt wirklich komplett an euch, sag ich mal. Wie viele Credits ihr absahnt? Oh Gott, für dich, wie pass? Oh Gott, digga, voll verschätzt. Schade. Hast du los? Ich mach' ich mach' oder ne? Ich bin hier rechts. Ja, komm' gut. Ich bin mit. Ah, schade. Ich geh' back. Ich geh' ab. Warte. Oh, ein bisschen. Ähm, bist. Wollst du weg, aber. Oh mein Gott, digga. Hast du? Was? Ich bin mit. Pass kommt. Sehr gut. Schade, er salft den doch. Oh no, er hat schon wieder disconnect. Schon wieder disconnect? Oh, ich hab' gepackt. Und wir kriegen ein Gegentor. Äh, hatte er disconnect? Ja, hatte er. Ja, mein Gott. Warte, Mann. Einfach auf'n Gold. S3-Champion-Turniersieger. Nice, Mann. Oh! Du bist da. Oh mein Gott, digga, der geht nicht rein. Ich glaub's nicht. Willst du den haben? Nochmal, Mitte irgendwer? Oh. Ja, der kommt, der kommt richtig gut, Mann. Oh, lol. Er toucht den nochmal. Ja, ist ab, auf jeden Fall. Sehr nice. Der kommt hinter dir. Oh, Mitte? Oh, schade. Oh, nice. 2 zu 0. Ja, somit schon 200 Credits. Also 100 Credits für jeden jetzt gerade. Und es gibt auch noch zwei Minuten zu spielen. Also ist smart, ist smart. Ja, ich glaube sogar, dass wir... Ich weiß gar nicht. Ich seh' die MMR halt gerade nicht. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich wir uns gerade befinden. Ja, weil Backe-Smod leider gerade nicht funktioniert. Hast du schön? Nochmal. Ja, ich mach den Backboard für dich. Ah, jetzt ab. Schade. Kannst du probieren? Ich bin mit. Ich sehe gar nichts. Nochmal. Ja, nochmal. Okay, der könnte sitzen. Und der sitzt 3 zu 1. Wer ist das vor? Somit 300 Credits jetzt. Da hat der Flip-Reset nochmal mitgenommen. Oh, schade. Welche, der kommt? Hat er? Ja, keine Chance. 32 passt aber. Also ich denke, dass wir die Runde gewinnen sollten. Wäre natürlich nice. Hat er dann gut in die Mitte gespielt. Haben die gutes Passing-Play gemacht. Die beiden. Ich bin mit der Mitte sogar. Ich bin mit dem Gegner. Jawohl. Alter, das war wieder. Holy shit. 4 zu 2. 400 Credits. 200 Credits ist schon mal für jeden. Und das in der ersten Runde. Also was wirklich krass wäre, wenn ihr auf 1000 Credits sogar insgesamt kommen sollt. Das wäre schon krass eigentlich, glaube ich. Können wir probieren. Oh, lol. Ja, okay. Oh nein. Ja, okay. Wir kassieren nochmal das dritte Tor. Aber 33 Sekunden sollte eigentlich, sollte man überleben können. Safe. Also. Ja. Hör du was? Ja, da komme ich, glaube ich, nicht hin. Jetzt nochmal. Ja. Oh, schade. Ja, er ist noch, er ist noch, er ist noch. Hoch. Nein, nicht shoppen. Oh, ich wollte verblüht was. Wieder hoch. Ich bin gebammt. Hoch. Mach hoch. Nein, der Gegner. Oh mein Gott. Nice, nice, nice. Digga. Jungs. Ich sag euch nicht, dass wir noch was. Mach mit. Hoch. Jetzt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, kein Muss, ja, kein Muss. Ja, ist noch oben. Hoch. Okay, ja, nein. Die spielen den auch nur doch. Komm, hoch. Mail. Der Gegner. Hoch. Ich gehe erstmal nach hinten. Immer noch. Oh mein Gott. Das sieht doch schon gut aus, schade. Warst du denn? Schade. Ja, ne, hat er. Ich hab keinen Boost, kann ich direkt hören. Jetzt aber links. Oh Gott. Okay. Der geht rein. Alter, okay. Was ein Ding. Erstes Gegentor direkt hier bekommen. Das ist natürlich ein Lockdown. Bin links. Zu dir. Oh fuck. Oh sorry. Oh mein Gott, genau auf seine Schnauze. Ich versuche den zu nehmen. Ne, hat er. Ja, hab einen gebrannt. Ich hab kein Boost, ne? Äh, ja. Da standen sie beide wirklich perfekt vom Tor. Und haben nur drauf gewartet. 0 zu 2 schon. Ist ja nicht schlimm. Nur unsere Tore zählen. Ja. Noch einer. Nice, ich bin ab. Ich block. Bump. Oh mein Gott, den kann ich machen. Ja, nice. Let's go. Ja, erstes Ding. Also, wenn ihr sechs Tore schaffen solltet, wäre das schon wirklich, wirklich krass. Wirklich krass. Für Reapers? Ne. Nochmal vor. Ich hab einen Bump. Würde er haben. Ja, ne, du hast den. Der Woll. Oh mein Gott, was? Hä? Der war ja ultra free. So, keine Ahnung, ich hab mir den da vorgespielt. Ja, der geht auf Lust, Mann. Der geht auf Lust. Ja, okay. Zwei Dinger, also drei Minuten ist es safe machbar. Ich will rechts. Ab, Backboard für dich, Michi. Jawohl. Oh, schade. Jawohl. Ich hab. Ah, schade. Oh, ich bin hinten. Ich bin wieder back. Ich bin wieder back. Achtung. Mach hoch. Ja. Einmal vor, zu dir. Oh. Macht ihr das? Macht ihr das? Jawohl. Drei zu zwei. Also, er hat drei Dinger noch. Wird schon schwer, aber es kommt drauf an, wie die halt jetzt spielen, ne? Also, die müssen jetzt eh auf Offensive gehen. Deswegen bin ich mal gespannt. Mitte. Ja. Songhaft. Oh, schön. Schade. Ich bin tot. Ich bin ab. Ja, bist du? Oh mein Gott. Oh, schade. Oh mein Gott. Ich seh nur so, Michi anfliegen, komm so. Ultra von Timbuk, du Dinger. Komm, Alter. So. Boah. Ist das so schwer? Ja, okay. 3-3 halt jetzt, ne? Also. Biete ihn. Einer vielleicht. Ja. Ja, okay. 3-3. Es geht wahrscheinlich wieder in die Verlängerung hier. Ah, das braucht nicht. Eine Nummer hoch. Deiner? Äh. Nee, ich spiel da zur Seite. Warst du hoch? Gut gebombt. Ab. Ja. Oh, was? Warst du vielleicht um hoch? Schade. Ja. Also ein Ding könnt ihr noch machen. Dann hättet ihr wenigstens, ja jeder halt, die 400. Dann hab ich rechts. Ah, fuck, sorry. Ja, ja. Ich mach Mitte. Ja, Michi. Wie ball. Backward. Ich kann nicht gehen. Mist der. Ah, schade. Du musst. Nice. Da muss ich hin. Ja, hab ich. Ich bin rechts. Rechts? Backward. Oh, der ist richtig gut, Mann. Stopp. Ach, ich kann nicht. Oh, noch mal. Knapp. Nochmal. We passed, jawohl. Oh mein Gott. What? Nein. Nein. What? Das geht nicht. Das kann noch nicht sein, Digga. Der war so drin, Mann. Achta, achta. Der war so drin. Egal, komm. Pass auf. Ja, kein Muss. Jawohl, für Mitte. Komm, wir doch. Nice. Noch einen. Ja. Ja. Let's go. Nice, okay. 400 Credits für jeden. Ähm, wir haben sogar beide Runden gewonnen. Ja, haben wir? Haben wir beide Runden gewonnen? Ja, ja, ist statt. Ja, ja, haben wir. Stimmt, ist, äh, nice auf jeden Fall. Naja, würde ich sagen, bekommt ihr jetzt jeder 400 Credits von mir. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier am Handeln und wollte jetzt hier die Credits schon mal abgeben. Aber Handel angehalten, dieses Item kann in zwei Tagen 0 Stunden und 21 Minuten gehandelt werden. Das heißt, ich kann die halt erst in zwei Tagen abgeben. Aber die bekommen auf jeden Fall ihre Credits, Leute. Ähm, ist eine sehr, sehr geile Sache. An der Stelle würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein kostenlos Abo da, checkt die beiden aus. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt Rocket League Exchange ab, falls ihr Credits günstiger haben möchtet, irgendwelche Autos oder Items haben möchtet. Code Reaper spart ihr 3%. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut einfach mal in die Kommentare, was ich noch machen soll in die Richtung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer BeiReapers. Für die Video. Ciao, ciao. ! Bis zum nächsten Mal.